Du suchst Lifehacks für die Baustelle? Du willst mehr erfahren über die richtige Verarbeitung von Lack, Lasur, Farbe und Co.? Dich interessieren Themen wie Pinselkunde, Gestaltung und Wärmedämmung? Wir liefern dir kurze Praxistipps für deinen beruflichen Alltag. Für Maler, Lackierer, Stuckateure und andere Handwerker. Und für alle, die es interessiert. Wir sprechen über Lösemittelprobe, Teppich verlegen, Spritztechnik, Zierprofile, pH-Wertmesser, Tapezieren, Netzmittelwäsche, Schleifen und über vieles mehr. Wir vermitteln euch schlagfertiges Wissen. Wir haben für alles den richtigen Riecher, gehen der Sache auf den Grund und bringen Licht ins Dunkle. Schaut euch unsere Videos an in der Brillux Lärmwelt oder direkt hier auf YouTube. Also, worauf wartet ihr? Abonniert gerne unseren Kanal und los geht's! Willkommeniiiiiuii ich